Jean-Paul, aus der Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Ich lag einmal an einem Sommerabende vor der Sonne auf einem Berge und entschlief. Da träumte mir, ich erwachte auf dem Gottesacker. Die abrollenden Räder der Turmuhr, die elf Uhr schlug, hatten mich erweckt. Ich suchte im ausgeleerten Nachthimmel die Sonne, weil ich glaubte, eine Sonnenfinsternis verhüllte sie mit dem Mond. Alle Gräber waren aufgetan, und die eisernen Türen des Gebeinhauses gingen unter unsichtbaren Händen auf und zu. An den Mauern flogen Schatten, die niemand warf, und andere Schatten gingen aufrecht in der bloßen Luft. In den offenen Särgen schlief nichts mehr als die Kinder. Die Kirche schwankte auf und nieder von zwei unaufhörlichen Misstönen, die in ihr miteinander kämpften und vergeblich zu einem Wohlau zusammenfließen wollten. Ich ging durch unbekannte Schatten, denen alle Jahrhunderte aufgedrückt waren. Alle Schatten standen um den Altar, und allen zitterte und schlug statt des Herzens die Brust. Oben am Kirchengewölbe stand das Zifferblatt der Ewigkeit, auf dem keine Zahl erschien und das ein eigener Zeiger war. Nur ein schwarzer Finger zeigte darauf, und die Toten wollten die Zeit darauf sehen. Jetzt sank eine hohe, edle Gestalt mit einem unvergänglichen Schmerz aus der Höhe auf den Altar hernieder, und alle Toten riefen, »Christus ist kein Gott!« Er antwortete, »Es ist keiner!« Der ganze Schatten jedes Toten erbebte, nicht bloß die Brust allein, und einer um den anderen wurde durch das Zittern zertrennt. Christus fuhr fort. Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels, aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, so weit das Sein seine Schatten wirft, und schaute in den Abgrund und rief, »Vater, wo bist du?« Aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der schimmernde Regenbogen aus Westen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropfte hinunter. Und als ich aufblickte zur unermesslichen Welt nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren, bodenlosen Augenhöhle an. Und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wiederkäute sich. »Schreit fort, Misstöne! Zerschreit die Schatten, denn er ist nicht!« Die entfernten Schatten zerflatterten, wie weißer Dunst in der Forstgestalte dem warmen Hauche zerrinnt, und alles wurde leer. Da kamen schrecklich für das Herz die gestorbenen Kinder, die im Gottesacker erwacht waren in den Tempel und warfen sich vor die hohe Gestalt am Altar und sagten, »Jesus, haben wir keinen Vater?« Und er antwortete mit strömenden Tränen, »Wir sind alle Weisen, ich und ihr. Wir sind ohne Vater.« Da kreischten die Misstöne heftiger, die zitternden Tempelmauern rückten auseinander, und der Tempel und die Kinder sanken unter, und die ganze Erde und die Sonne sanken nach, und das ganze Weltgebäude sank mit seiner Unermesslichkeit vor uns vorbei, und oben am Gipfel der unermesslichen Natur stand Christus und schaut in das mit tausend Sonnen durchbrochene Weltgebäude herab, gleichsam in das um die ewige Nacht gewühlte Bergwerk, in dem die Sonnen wie Grubenlichter und die Milchstraßen wie Silberadern gehen. Und als Christus das reibende Gedrängen der Welten den Fackeltanz der himmlischen Irrlichter und die Korallenbänke schlagende Herzen sah, und als er sah, wie eine Weltkugel um die andere ihre glimmenden Seelen auf das Totenmeer ausschüttete, wie eine Wasserkugel schwimmende Lichter auf die Wellen streut, so hob er groß wie der Höchste Endliche die Augen empor gegen das Nichts und gegen die leere Unermesslichkeit und sagte, »Starres, stummes Nichts!« Kalte, ewige Notwendigkeit? Wahnsinniger Zufall! Kennt ihr das unter euch? Wann zerschlagt ihr das Gebäude um mich? Zufall weißt du selber, wenn du mit Orkanen durch das Sternenschneegestöber schreitest und eine Sonne um die andere auswehst und wenn der funkelnde Tau der Gestirne ausblinkt, indem du vorübergehst? Wie ist jeder so allein in der weiten Leichenkunft des Alls? Ich bin nur neben mir, O Vater! O Vater! Wo ist deine unendliche Brust, dass ich an ihr ruhe? Ach, wenn jedes Ich sein eigener Vater und Schöpfer ist, warum kann es nicht auch sein eigener Wirkengel sein? Ist das neben mir noch ein Mensch? Du Armer! Euer kleines Leben ist der Seufzer der Natur oder nur sein Echo. Ein Hohlspiegel wirft seine Strahlen in die Staubwolken aus toten Asch auf eure Erde hinab und dann entsteht ihr bewölkten, wankenden Bilder. Schaue hinunter in den Abgrund, über welchen Aschenwolken zieh. Nebelvoll Welten steigen aus dem toten Meer. Die Zukunft ist ein steigender Nebel und die Gegenwart ist der fallende. Erkennst du deine Erde? Hier schaute Christus hinab und sein Auge wurde voll Tränen und er sagte, Ach, ich war sonst auf ihr, da war ich noch glücklich, da hatte ich noch meinen unendlichen Vater und blickte noch froh von den Bergen in den unermesslichen Himmel und drückte die durchstochene Brust an sein linderndes Bild und sagte noch im herben Tone, Vater, ziehe deinen Sohn aus der blutenden Hülle und hebe ihn an dein Herz. Ach, ihr überglücklichen Erdenbewohner, ihr glaubt ihn noch. Vielleicht geht jetzt eure Sonne unter und ihr fallet unter Blüten, Glanz und Tränen auf die Knie und hebet die seligen Hände empor und rufet unter tausend Freuden Tränen zum aufgeschlossenen Himmel hinauf, auch mich kennst du unendlicher und alle meine Wunden und nach dem Tode empfängst du mich und schließest sie alle. Ihr Unglücklichen, nach dem Tode werden sie nicht geschlossen. Wenn der Jammervolle sich mit wundem Rücken in die Erde legt, um einem schöneren Morgen voll Wahrheit, voll Tugend und Freude entgegenzuschlummern, so erwacht er im stürmischen Chaos in der ewigen Mitternacht und es kommt kein Morgen und keine heilende Hand und kein unendlicher Vater. Sterblicher neben mir, wenn du noch lebest, so bete ihn an, sonst hast du ihn auf ewig verloren. Und als ich niederfiel und ins leuchtende Weltgebäude blickte, sah ich die emporgehobenen Ringe der Riesenschlange der Ewigkeit, die sich um das Weltenall gelagert hatte und die Ringe fielen nieder und sie umfasste das All doppelt. Dann wandte sie sich tausendfach um die Natur und quetschte die Welten aneinander und drückte zermalmend den unendlichen Tempel zu einer Gottesackerkirche zusammen. Und alles wurde eng, düster, bang und ein unermesslich ausgedehnter Glockenhammer sollte die letzte Stunde der Zeit schlagen und das Weltgebäude zersplittern, als ich erwachte. Meine Seele weinte vor Freude, dass sie wieder Gott anbeten konnte. Und die Freude und das Weinen und der Glaube an ihn waren das Gebet. Absolut. anna Musik Amst. Amst. Untertitelung des ZDF, 2020